Musik 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 Oh, Entschuldigung. Gerade angekommen? Ja. Vor zehn Minuten. Und du? 18 Monate. 18 Monate? Es gibt hier so eine Art Lagerflug. Entweder du bist gleich wieder weg, oder... Du bist hier gefangen. Was ist? Hättest du dich verliegen? Nee, keine Pange, das kann ich nicht. Was würden Sie sagen, wenn ich Sie frage, ob Sie mir in ein nahgelegendes Hotel folgen? Bin ich zu schwer? Ja. Oh! 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 Habt ihr Vater und Kind gespielt? Wir haben... Wir haben Aroni gemacht. Was sind alliierte Sicherheitsdienste? Bei euch sind das die Russen und hier die Armys, Franzosen und Engländer. Und weil die sich nicht vertrauen, hat jede seine Spion nicht. Die Sicherheitsdienste. Was machen die sicher? Wem soll ich vertrauen? Warum bist du eigentlich immer da? Soll ich mich von euch fernhalten? Vielleicht. Sie haben die DDR verlassen. Warum? Ich sage Ihnen, warum ich außer der DDR weg wollte. Wegen solcher Fragen.